Herzlich willkommen im Wohnmobilcenter Erkelenz. Ich zeige heute euch den neuen Pössl Roadstar 600L. Ich stelle euch den mal kurz vor. Der ist neu, sofort verfügbar. Ich würde sagen, das ist so eine blau-graue, sehr angenehme Farbe. Jetzt öffnen wir mal die Türen. Erstmal wollte ich euch hier die verdunkelten Scheiben zeigen. Die sind alle komplett verdunkelt. Genau, und jetzt können wir reingehen. Ich zeige euch direkt am Eingang auch so ein Fliegengitter, das sehr praktisch ist. So, direkt am Eingang links seht ihr den Kühlschrank. Der geht beidseitig auf. Hier ist auch eine kleine Tieftruhe. Und unten befindet sich noch eine Schublade. Das heißt, hier passt genug rein. Dann haben wir hier zwei Herdplatten. Das Waschbecken und eine Platte, mit der man das zuklappen kann. Hier vorne könnt ihr quasi den Strom, Wasser, Heizung, alles einstellen. Dann, wie ihr sehen könnt, gibt es wirklich genug Stauraum. Hier oben und unten gibt es auch noch mal drei Schubladen. Hier in der Mitte befindet sich die Duschkabine. Ich zeige euch jetzt mal, wie man das komplett zumachen kann. So hat man eine komplette Duschkabine. So. Und jetzt zeige ich euch das Becken. Das kann man quasi so aufklappen. Wie ihr sehen könnt, ist das wirklich sehr schick gemacht worden, mit so einem glitzernden, schwarzen, Perleffekt, was so einen schönen, schicken Touch gibt. Hier ist die Toilette. Hier seht ihr noch mal so eine kleine Ablage und natürlich noch mal einen kleinen Stauraum. Genau. Hier ist, hier befindet sich die Sitzecke und einer sehr schönen Tischplatte, die man auch hier ein bisschen nach vorne ziehen kann. Ja, und die Sitzecke ist wirklich sehr gemütlich. Vor allen Dingen ist das so ein sehr weiches Leder, würde ich sagen, Wildleder. Das grüne ist Stoff, aber wirklich sehr angenehm zu sitzen. Fühlt sich sehr, sehr angenehm an. Und genau dass derselbe Stoff ist auch hier bei den Sitzen. Ja, jetzt gehen wir mal zum Fahrersitz. Das Lenkrad ist auch wirklich sehr, sehr angenehm. Und die Klimaanlage, ganz, ganz wichtig. Dann, wie ihr sehen könnt, ist das wirklich sehr modern ausgestattet mit einem USB-Stick-Einstecker und einem 12-Volt-Anstecker. Hier ist noch so ein kleiner Wäscherbehälter. Dann kann man das hier oben aufklappen und hier auch noch einiges verstauen. So wie hier unten. Jetzt gehen wir an die hintere Tür. Das ist die Schlafecke. Ich finde, hier kann man das immer besser sehen. Genau, hier befindet sich die Schlafecke, wo wirklich zwei Personen ganz einfach reinpassen. Ich spring mal schnell rein für euch. So, hier gibt es auch zwei Treppen. Wie man sieht, kann ich ganz angenehm hochklettern. Und ja, das ist so die Schlafecke. Es fühlt sich auch sehr, sehr weich an, würde ich sagen. Also es ist so ein sehr angenehmer Stoff. Und ja, unten ist wiederum ein Stauraum. So, jetzt zeige ich euch noch die Tür. Und zwar hat das so ein, wen sehen könnt, eine Soft-Close-Funktion, was ich sehr, sehr schön finde und was mich auch sehr überrascht hat. Ja, also mit einem Pössl Roadstar 600L Modell. Wie ihr sehen könnt, ist das das perfekte Wohnmobil für jedes Abenteuer. Und kommt einfach vorbei www.wohnmobilcenter.de. Wir haben hier eine super Indoor-Fläche mit über 300 Fahrzeugen. Kommt vorbei! Bis bald!